Streiche Videos schauen in weihnachtlicher Atmosphäre. Am Samstagabend lud Barbara Schöneberger von Kopf bis Fuß in Glitzer gehüllt zu verstehen sie Spaß? Ein, ganz wie bei einem gemütlichen Fernsehabend sollte es dabei zugehen, betonte die Moderatorin, nachdem sie die Anmoderation singend und von Tänzern umgeben vorgetragen hatte. Für einen etwas bodenständigeren Wohnzimmer-Flair sorgte sie danach jedoch mit Tellern voller Weihnachtsleckereien, die vor ihren prominenten Gästen platziert waren. ARD spielt Silbereisen unfreiwillig Streich. Auch wenn sich am Samstag alles ums Veralbern drehte, nicht alle Streiche, die gespielt wurden, waren auch geplant. So führte die weihnachtliche Deko zwischenzeitlich dazu, dass die Gäste nichts mehr trinken konnten. Denn, die Kunstschneeflocken, die von der Studiodecke rieselten, landeten nicht nur auf Köpfen und der Einrichtung. Man hat es auch reichlich im Glas, stellte Volksmusiker Florian Silbereisenbelust dicht fest. Immerhin hatte Schöneberger vorher noch versichert. Was hier heute Abend von der Decke fällt, sind Schneeflocken, keine Schuppen. Thomas Anders plant Horror-Dreh. Ganz ausführlich geplant war derweil ein Streich, den Schöneberger Moderatoren Kollege Silbereisen zusammen mit Sänger Thomas Anders gespielt hatte. Unter dem Vorwand man drehe das neue Video zur gemeinsamen Single Alles funkelt. Alles glitzert. Hatten sich die beiden Musiker in einem Studio getroffen. Dort wurde Silbereisen dann ein Konzept präsentiert, mit dem er so nicht gerechnet hatte. Ehe er sich versah, trug er einen bunten Glitzeranzug und hochhackige Boots. Duett-Partner Anders stand ihm in Pluderhosen, noch höheren Boots und silbernem Jackett gegenüber. In der kargen Kulisse wollte derweil kein einziger Spezialeffekt funktionieren. Falscher Reporter hat es auf Silbereisen abgesehen. Um Silbereisens Nerven einer zusätzlichen Belastungsprobe zu unterziehen, hatte Schöneberger außerdem noch einen falschen Lokalreporter geschickt. Der begann gleich einmal damit, dass er Silbereisen als Anders neuen Sidekick vorstellte, welcher Dieter Bohlen ersetzen solle. Wird das vielleicht ihr erster großer Hit? Wollte er wenig später von Silbereisen wissen. Schließlich fragte er Anders, während der direkt neben dem Volksmusiker stand, provokant, wie sehr stört Florian an ihrer Seite? Streich bringt Wermutstropfen. Trotz Pannen, Provokationen und Plateauschuhen, Silbereisen amüsierte sich köstlich. Anstatt zu explodieren, bekam er einen Lachanfall nach dem anderen und steckte damit an. Über den frechen Reporter erklärte der Sänger begeistert, der ist wie Horst Schlemmer. Im Studio bei Schöneberger verriet Silbereisen am Samstagabend, wieso er es schaffte so tiefenentspannt zu bleiben. Er hat mich an einem guten Tag erwischt, sagte er. Ich kam gerade aus dem Urlaub. Kleiner Wermutstropfen, in Folge des mit Absicht verpatzten Musikvideodrehs zu Beginn des Tages, seien er und anders am Ende noch bis eine Uhr nachts mit dem Dreh des wahren Videos beschäftigt gewesen, so Silbereisen. Nach Hause sei er an diesem Abend deswegen nicht mehr gekommen. Weinliebhaber müssen an Teer lecken. Ganz ohne prominente Hilfe veralberte Schöneberger Ahnungslose in einem Weingut in Koblenz. Dort gab sie sich als die in der Szene bekannte Sommeliere Paula Bosch aus. Gut verkleidet hielt sie Weinproben ab und gab dabei Sätze von sich wie Ich schmecke Blumenkohl, ein bisschen Lauch auch. Von ihren TeilnehmerInnen erwartete sie derweil vollen Einsatz. Korken kauen, an einem Stück Teer lecken und an einer Schuhsohle schnüffeln. Die WeinenthusiastInnen ließen überraschenderweise so einiges mit sich machen. Das hat ja schon ein bisschen was von Fetisch, merkte ein Kursteilnehmer an, während er die Schuhsohle in der Hand hielt. Misstrauisch wurde aber augenscheinlich niemand. Erst als Schöneberger sich zu erkennen gab, fiel der Groschen. Schmunzeln statt Lachen Zugegeben, richtig großes Verstehen Sie Spaß. Kino waren Streiche wie diese am Samstagabend nicht. Schmunzeln konnte man zumindest aber schon immer wieder. So sahen es auch einige Menschen auf x, ehemals Twitter, und sagten deutlich, wie sie die jüngste Ausgabe fanden.